moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 2 hier sind hier hier ist noch ein dunkelpilz aber ich finde das super dass die dinge hier immer nach wachsen also ich gehe davon aus dass sie nach wachsen wir hier gerade auch versuchen wieder den weg mal nach unten zu finden die truhe hatten wir ja schon mal gelootet ich hätte mir alles die hatten wir auch schon gelootet wo ging es noch mal runter denn ich habe so den verdacht dass hier vielleicht unten irgendwo auch noch ein paar jungtiere sind die man vielleicht töten könnte für erfahrungspunkte das klingt viel böser als das gemeint ist aber egal hier können wir nichts mehr einsammeln hier sind keine pilze mehr ich will es trotzdem mal riskieren hier runter zu gehen die blauen pilze können wir auch nicht einsammeln hier haben wir es genau dass ich hier einmal runter gehen so einmal speichern auf denn das ist ja direkt am startgebiet ja und wer weiß vielleicht gibt es hier jungtiere was da hinten war haben wir ja auch schon eingesammelt man hört da unten auch schon irgendwelche viecher hier haben wir auch ja schon alles eingesammelt hier hinter ja wir riskieren es mal da sogar ein lagerfeuer mal gucken was was hier ist junger wolf tatsächlich immerhin immerhin ich höre hier noch was ich höre hier irgendwo noch ein wolf und ich habe irgendwelche stimmen gehört vom lager bestimmt lester ein mist wie wenig das ist ja lester bist du es tatsächlich alter geil lester lester wie kommst du hierher das war eine irre flucht nachdem die barriere explodierte bin ich zunächst orientierungslos durch die gegend gestreift dann habe ich mich tagelang durch die wälder geschlagen und schließlich dieses tal hier gefunden die ego milton und gordon sind noch im minental zumindest denke ich das was passiert was ist passiert nachdem der schläfer besiegt wurde hat die gesamte bruderschaft den verstand verloren die gesamte waren sie alle nur noch leere hüllen und du was ist mit dir mir ging es genauso ich hatte albträume und sogar halluzinationen aber ich bin geflohen als ich wieder einen einigermaßen klaren kopf hatte einmal glaubte ich einen großen schwarzen schatten zu sehen der sich auf eine gruppe flüchtender stürzte und alles in einer riesigen feuerwolke verbrannte in dem moment dachte ich wirklich ein drache wäre gekommen um mich zu töten hast du noch mehr gesehen nein ich habe die beine in die hand genommen und bin gerannt wie lange versteckst du dich hier im tal wie lange versteckst du dich schon hier im tal so genau weiß ich das nicht aber ich schätze mal eine woche vielleicht aber da ist noch eine sache als ich hier abends ankam habe ich mich oben auf dem berg umgesehen da standen nur ein paar bäume und als ich am nächsten tag gucke steht auf einmal dieser turm da ich schwöre dir der war vorher noch nicht da seitdem habe ich das tal nicht mehr verlassen du meinst xardas turm ich wusste ja dass er mächtig ist aber dass er sogar einen turm erschaffen kann xardas der dämonenbeschwörer er lebt in diesem turm ich weiß nicht ob mich das beruhigt keine sorge er war es der mich aus dem schläfertempel befreit hat er ist auf unserer seite du musst xardas von dem schatten berichten du musst xardas von dem schatten berichten es könnte wichtig sein du glaubst es war keine einbildung du meinst da war wirklich ein drache ja du steckst doch schon wieder mittendrin habe ich recht ja natürlich würde ich nicht sagen noch nicht na schön wenn es so wichtig ist dann werde ich ihn aufsuchen aber nicht jetzt für den augenblick werde ich mich ausruhen ich bin noch immer erschöpft von der flucht aus der strafkolonie ich denke du hast noch viel vor wir sehen uns dann später bei xardas ja warte mal ich hatte aber noch was was weißt du über die gegend was weißt du über die gegend wenn du den weg weiter runter gehst kommst du zu einem bauernhof ein kurzes stück dahinter fängt auch schon die stadt an sei aber vorsichtig hier treiben sich nicht nur wölfe und ratten rum sondern auch goblins und banditen ja das habe ich schon durch war geil wir haben läster wieder gesehen immerhin und dann wissen wir dass zumindest bescheid dass ja diego gorn und milton noch immer in der strafkolonie sind müssen wir schauen dass wir die da irgendwie rausholen gibt es hier aber noch mehr viecher irgendwo ist hier eine blutige keine blutige jo da ist nichts zu holen da ist nichts zu holen okay 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 gut dass wir hier hingegangen sind was haben wir da junge riesenratte so komm äh wo wollen die hin nichts zu holen hier hat tatsächlich ein paar mehr lästert sich um die gekümmert oder wie die leute die nehmen wir mit heilkraut war gut eigentlich dass wir hier runter gegangen sind jetzt haben wir zumindest ufer 5 erreicht ufer 5 erreicht ich habe da was gehört so gibt es hier noch was außer die paar heilpflanzen rostige schwert äh lothar 171 bis äh 721 bis 762 41 jahre alt lothar wir waren noch mal lothar der name kommt mir bekannt vor aber das ist ein grab können wir das ding nochmal ansehen das sieht nix aber war tatsächlich eine gute idee hier hinzugehen dann sind wir wenigstens einen von unseren kameraden äh begegnen was war das feuernüsse dunkelpilz nichts zu plündern nichts zu holen hier haben wir noch einen nichts zu plündern nichts zu holen warte mal erstmal noch ein paar dunkelpilze für die gesundheit und hier hudlerfleisch sonst gibt es hier nichts mehr oder ja die krabble ok es war definitiv wert hier runter zu gehen allein wegen läster was höre ich hier ach hier gibt es hier noch was aber wenn ich hier nur was sehen könnte wo geht es hier überhaupt auch wieder raus aber wir können jetzt zu hudler gehen gehen und dann von ihm uns 10 stärkepunkte holen genau 10 stärke holen weil bei dem kostet äh kostet äh kostet 5 äh stärke auch nur 5 lernpunkte bei den anderen ist es so teuer aber dann müssen wir auch auf armbrüste gehen weil armbrüste auch auf stärke gehen dann brauchen wir die geschicklichkeit hier auch nicht ein geschick der coverland kann ja auch beibringen oder stärke so ich kann direkt bei coverland das machen so coverland kann ja auch stärke machen bei dem kostet ja auch nur 5 so da ist er auch schon so ich will meine fähigkeiten ich will deine fähigkeiten erlernen sicher was willst du wissen äh ne die dinger nicht sowohl schleichen wäre von nützen wenn wir da bei ihm machen würden aber nicht jetzt dann machen wir jetzt lieber erst einmal die stärke weil wir brauchen bessere waffen und noch viel wichtiger wir brauchen auch eine bessere rüstung und ich glaube die beste rüstung die wir jetzt kriegen könnten wäre entweder von der der miliz das nächstbeste oder von den söldnern und dann würde kapitel 2 glaube ich auch schon starten denn damals war das ja auch so bei gothic 1 dass wir als wir uns einem lager angeschlossen hatten sofort kapitel 2 dann begonnen hatte gehe ich mal davon aus dass hier es genauso ist dass wir Kapitel 2 beginnen sobald wir einem äh der der lager hier äh beitreten also der miliz oder den banditen schrägstrich söldnern und wie sie dort bisher aber auch so auch lauflieder nehmen wir mit dass es hier vielleicht nur zwei lager sind wenn wir uns anschließen können zumindest ein dritter na warte dritte war ja auch hier äh der zugang zum innus kloster können wir ja auch den dem kloster hier beitreten den magiern gibt es hier auch drei lager ja aber wir gehen jetzt erstmal zu hatter wir können nur abwarten so da hinten ist er schon und ich glaube die meisten quests werden wir auch erst erfüllen können ist jetzt schon eine weile her dass du das letzte mal da warst du hast du dich schon wieder rumgetrieben äh 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 bringen wir bei wie man ein ordentliches schwert schmiedet bringen wir bei wie ich ein ordentliches schwert schmieden kann edles langschwert 6 lp ne wir wollen erstmal stärke ich will stärker werden du hast ja auch schon 10 lp ok ok das ist äh wann sind die so teuer geworden du hast schon ein bisschen was zugelegt komm wieder wenn du mehr lernen willst äh ok warte mal ähm 41 stärke haben wir jetzt das speichere ich das einmal das heißt dann müssten wir erst einmal ja vielleicht äh vielleicht wäre es wirklich sinnvoll wenn wir uns dem banditen jetzt schon anschließen weil wenn wir jetzt darauf beharren dass wir hier nur ja versuchen diese ganzen quests hier so zu lösen wenn wir erstmal gar nicht weiter kommen das ist ja schrecklich dann sehen wir erstmal gut dass wir eine bessere rüstung bekommen und auf kapitel 2 hinarbeiten müssen wir erstmal paar leute aufs maul hauen hier volles fund aus dem maul aber auch interessant zu wissen dass sich die Dinge ziehe die äh lernpunkte ähm beziehungsweise die äh sachen die man lernt dass die teurer werden nach einer weile vielleicht vielleicht müssen wir irgendwie keine ahnung diese dauerhaften tränke finden die uns erfahrungen geben ich bin mir nicht sicher vielleicht bringt das was dann gehen wir aber lieber erstmal jetzt zu Lee ins lager und schließen uns denen an beziehungsweise machen erstmal ja die äh die sölder quests vielleicht muss ich auch noch paar milizen hier verkloppen für torlaufer auf jeden fall paar milizen könnten wir auch machen vielleicht können wir rauszoomen können wir schon ordentlich rauszoomen ja ist aber nicht mein spiel äh spielstil hier bei solchen obwohl bei baldus gate 3 geht da da kann ich mich mit äh anfreunden stream ich ja aktuell ja die locker da will ich noch nicht gegen antreten oh firekraut die nehmen wir mit ich bin erstaunt sind wir schon stark genug gegen die viecher da ja komm wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste stufe 10 5 komm einer reicht von euch ja der kommt schon ok ouch nein warte scheiße ok laden wir aber hier den einen müssen wir nochmal herausfordern vielleicht klappt das jetzt wer war es von den beiden nochmal hier söldner hier basta was willst du du weichei ich bin mehr über die söldner und die gegend hier raus ich will mich den söldner anspielen ich fordere dich zum duell heraus ich fordere dich zum duell aha du willst es nicht auf dir sitzen lassen was na gut komm her nein den da lag doch zurück mach ihn fertig zeig ihm nicht schlecht so können wir den jetzt jo wir können dem alles wegnehmen und was hat er grobes kriegsbeil grobes kriegsbeil benötigt stärken 50 ähm benötigte geschicklichkeit 25 das nächste mal werden wir ja sehen ok ok du bist der bessere von uns beiden was willst du ich will mir über die äh kannst du mir beibringen besser zu kämpfen kannst du mir beibringen besser zu kämpfen kann schon sein dass ich dir den einen oder anderen tipp geben mhm äh ne ein hand will ich nicht lernen äh wie viel mehr über die söldner und die gegend hier rausfinden über die gegend kann ich dir nicht viel erzählen da fragst du am besten die bauern und was uns söldner betrifft wir haben eine ganz einfache regeln wer sich durchsetzen kann der ist dabei ich glaube du hättest das zeug dazu einer von uns zu werden ja aber nur weil du in unserem letzten kampf glück hattest solltest du nicht übermütig werden es gibt ne menge jungs auf dem hof die noch ne ganze ecke besser sind als ich mhm äh ich will mich den söldnern anschließen wer so feste draufhauen kann wie du sollte es hier nicht allzu schwer haben meine stimme zählt zwar nicht viel weil ich noch nicht lange dabei bin aber wenn lee mich fragt werde ich für dich stimmen hm ok lee ist der anführer der söldner oder etwa nicht lee ist der anführer der söldner oder etwa nicht stimmt hey jetzt weiß ich auch woher ich dich kenne du bist doch auch in der kolonie gewesen ja das war ich hab dich nicht mehr gesehen als der große knall passierte auch ne ganze weile vorher nicht ich hatte andere probleme du hast ne menge verpasst seit wir zusammen im knast saßen hat sich einiges verändert mhm äh was ist aus dem söldnern aus der kolonie geworden was ist aus dem söldnern der kolonie geworden nachdem die barriere weg war hat uns lee aus der kolonie geführt er sagte wenn wir alle zusammenhalten kann uns nichts passieren und er hatte recht es hat nicht lange gedauert bis wir hier ein gemütliches plätzchen gefunden haben der großbauer bezahlt uns damit wir die milizen aus der stadt verprügeln und das hätten die meisten von uns sogar ohne bezahlung gemacht aber ohne füttert uns alle durch und wir können hier in ruhe auf eine gute gelegenheit warten von dieser verdammten insel runter zu kommen mhm was ist mit diesem sentenzer was ist mit diesem sentenzer er wird dir gold abknöpfen wollen wenn du zur farm gehst das macht er bei jedem neuen und wenn ich du wäre dann würde ich bezahlen das habe ich damals auch getan und das gute daran war dass er danach für mich gestimmt hat eine hand wäscht die andere hat er gemeint ich bin zwar all mein gold los geworden aber es war sowieso nicht viel und am ende war ich froh darüber ich habe mal gesehen wie er einen kerl verprügelt hat der nicht bezahlen wollte danke für den tipp nicht wahr denkst du er ist dir was wert mhm hier kommt gönnen die nimm fünf goldstücke danke man jetzt kann ich mir heute abend doch wieder einbrennen ich werde es dir nicht vergessen ja ok stimmt aber Basta war ja äh von der kolonie stimmt so aber wir gönnen uns jetzt seinen Käse seine Milch nicht die Wurst gönnen wir uns auch noch so Wasser wir sind schneller andere Wasser auch noch wenn wir nicht gekommen wären wäre die Sache anders ausgegangen ein Bein können auch mal so ne wenn das hier fordert das war keine große Sache Mana brauchen wir ja nicht ja das hat ja wirklich gebraucht beziehungsweise Mana brauchen wir eher selten aber wir sind schon ein bisschen stärker geworden können wir es auch mal mit den Feldräubern hier versuchen die Lurker lassen wir mal so 10.000 draußen war gut dass wir es gerade gespeichert haben einer komm der erste nein nur einer nur einer ein bisschen weiter weg ja jo so nochmal was futtern so feilpflanze dann speichern wir jetzt nochmal weil die Feldräuber schon auch ordentlich austeilen können noch mal den nächsten an so mach den kaputt okay nice aber hat auch viel gepostet ihr so ein Leben so auch nochmal speichern dann behalten wir auch die Erfahrungspunkte ja wir schnappen uns alle Feldräuber hier einen nach dem anderen komm 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 ok der hat auch ordentlich äh ausgeteilt und auch eingesteckt ordentlich mir juckt hier um die Nase herum alles so nochmal speichern können wir den nächsten holen so einer komm nur einer ja nur er ja noch ein bisschen zurück noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen komm ja nice so einen können wir fressen und nochmal speichern dann können wir den letzten da auch noch holen nur einer komm komm okay nice nochmal futtern komm 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 das war jetzt knapp mit dem das sind auch noch wieder welche davon ist auch irgendwo ein lurker da ist ein lurker dann noch mal futteren so dann machen wir das war ein bisschen viel was ich jetzt gemacht habe von denen brauche ich jetzt auch nur einen ja nur du! nur du! oh nice also erstmal mal wieder speichern gibt es da hinten auch noch mehr? ja ok der kommt schon so komm komm ok der ist ein bisschen heftiger aber den haben wir auch geschafft so was haben wir noch? lebe sondern geh hier sumpfkraut gibt nichts, feldknöterich komm und bier und dann hier jetzt den letzten ach da hinten sind noch mehr? komm ok nice einmal ein bisschen abstand wegen den lurker da hinten so wacholder komm der dauert mir zu lange mit dem da fressen wir das und den ich will mal gucken ob wir stark genug gegen lurker sind in den einen zumindest das ist das sind ja zwei ja gucken wir mal ich hoffe glücklich wir schaffen den ok ok stark ist er jo das frisst mich ok ok gegen lurker ist ein bisschen schwierig aber gut dann würde ich sagen in der nächsten folge machen wir mal weiter hier gegen die anderen äh feldräuber die lurker sehen wir zu dass wir die mal erstmal in ruhe lassen wie viel haben wir jetzt? äh 8505 ja auf jeden fall vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao auf und genau vor coded Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020